Hi und herzlich, 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 herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Frieda und heute gibt es ein Show-and-Tell-Video. So, fängt hier gut an, mit meinen Zeichnungen oder, ja, da sind auch ein paar gemalte Bilder oder gedruckte Bilder mit dabei. Aber, ja, das ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von meinen Bildern. Also, ich habe oben auf dem Dachboden noch welche, eine riesige Mappe, vor allem eine zweite Mappe, denn noch Leinwände, ja, einfach sehr viel Stuff. Und ich habe jetzt ein paar ausgesucht, das sind jetzt nicht unbedingt meine allerbesten, aber mit denen ich einigermaßen zufrieden bin und wo man vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung sehen kann. I hope so. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und das ist das Erste. Das habe ich gemalt, bevor ich studiert habe, also vor meinem Studium. Und, ja, das ist ziemlich klassisch, würde ich sagen, als so ein Cupcake mit einer Himbeere oben drauf. Man kann es erkennen, würde ich sagen, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht so interessant. Ihr müsst dazu wissen, ich schätze realistische oder überrealistische Kunst sehr. Ja, also, ich finde das sehr beeindruckend, wenn das jemand kann. Für mich ist das aber nicht so reizvoll inzwischen und auch nicht mehr so interessant. Und, ja, ich mag gerne moderne Kunst. Ich mag gerne mir Gedanken zu abstrakten Sachen machen. Aber, ja, wie gesagt, eins meiner ersten Videos, äh, Bilder. So, ich glaube, es ist ein bisschen besser. Wir machen jetzt auch weiter mit zwei Zeichnungen. Ich hoffe, man kann das gut sehen, dass ich jetzt noch ein bisschen tüchter bin. Ähm, das ist ein sehr gymnastischer junger Herr. Ähm, ich glaube, da habe ich beim Inktober mitgemacht. Ähm, der macht man im Oktober mal jeden Tag zu einem Thema, eine Zeichnung. Und das war bestimmt irgendwie Stretch oder so das Thema. Und ich habe auch meine ganzen anderen, ich habe da schon zweimal mitgemacht, meine ganzen anderen Zeichnungen habe ich gar nicht gefunden. Außer diese hier noch. Ähm, ja, so ein Obie. Und jetzt kommen einige Bilder, die im ähnlichen Stil gemalt sind. Ähm, genau. Und die sehen so aus. Also auch wieder sehr figürlich. Die sind mit Acryl gemalt. Und er kennt sogar das Gesicht. Dann, ich weiß nicht, ob ihr die Instagramerin Steff kennt. Ich glaube, das ist Ayuki. Oh Gott, auf jeden Fall mit einem ihrer Hunde, den es auch inzwischen nicht mehr auf dieser Erde gibt. Genau. Und dann noch einmal dieses hier. Ich mag, dass... Dass sie hier so keinen richtigen Rahmen hat, sondern so ein bisschen wilder aussieht. Ich fand, das passt irgendwie ganz gut zu der Pose von der Frau, die auch ein bisschen wilder ist. Und dann... Ah, ich sehe gerade, habe ich auch gar nicht alle. Naja. Dann noch dieses hier. Ich finde, da... sind mir die Falten eigentlich ganz gut gelungen. Hier. Ähm... Und dann habe ich auch ein paar von denen noch gerahmt. Das hier. Zum Beispiel. Das ist Emma. Ein Model. Aus England. Oder Großbritannien auf jeden Fall. Und auch hier finde ich, ist der Faltenwurf eigentlich ziemlich gut für meine Verhältnisse. Das ist ebenfalls eine Influencerin, die mit ihrer Family durch... Ich glaube, Australien und Neuseeland im Van reist. Und... Ja, ich fand das irgendwie super schön, das Motiv. Und habe das als Vorlage benutzt. Also als Inspiration. Ich möchte auch nicht, dass das Video zu lang wird. Und... Gibt es eine weitere Buntstift-Zeichnung? Und zwar dieser süße Silvester-Cringe. Ich weiß nicht, ob man da noch was zu sagen sollte. Oder besser nicht. Ey, und da ist auch irgendwie... Das Feld, also dieses Licht- und Schattenspiel ganz cool geworden. Und jetzt kommen wir zu ein paar Größeren, obwohl ich die Großen, wie gesagt, gar nicht hier habe. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ähm, da ist es im Malereiunterricht unterstanden. Und ich finde einfach die Farben total schön. Und dieses Ruffle, diese Ruffle-Duc-Dusse, also der Pinselauftrag. Und, ähm, dann kommt ein Selbstporträt. Ich habe eigentlich noch andere Selbstporträts. Die habe ich allerdings noch nicht gefunden. Deswegen muss ich das jetzt hier halten. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein... Noch kein Pony. Und das ist auch ein sehr starker Licht- und Schattenfall. Ähm... Ja. Und Augen habe ich auch nicht. Ja. Um nochmal was anderes, als nur Gesichter zu zeigen... Um nochmal was anderes, als nur Gesichter zu zeigen... Ähm... Da hatte ich zum ersten Mal Neon-Agröpfe. Ja, und ich glaube, da hatten wir eigentlich, äh, ein Akt-Model. Und, äh, ich habe mich aber irgendwie dazu entschieden, nur die Hand zu malen. Und dann ist das ganz schön wichtig, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Jetzt wird man noch ein bisschen anderen Stil. so wie ich hier ein bisschen skribbel, also ich habe auch mega viele Skizzenbücher schon mal überlegt, die zu zeigen aber die sind halt auch schon irgendwie privat mal gucken da hatten wir auch wieder ein Modell das uns gesessen hat und ich hatte einfach gar keine Lust zu zeichnen und ja war dann ein bisschen grob so und jetzt sind wir auch schon relativ am Ende ich hoffe ich bin euch nicht so schnell durchgeruscht aber ja wenn ich anfange länger über mein Bild zu reden dann höre ich nicht mehr auf und zwar sind das ein paar Holzschnitte das heißt folgendier Linol Druck da hat man dann so eine Platte aus Linolium rittst da mit so Messern was rein macht Farbe drauf und klatscht die Farbe dann auf also die Platte mit Farbe dann auf dem Papier und das gleiche kann man auch mit Holz machen das ist ein bisschen widerspenstiger und genau da ist unter anderem das hier entstanden das ist natürlich ein bisschen abstrakter da ist eine ganze Serie entstanden die wir auch in einem Buch gedruckt haben also in einer Auflage von 50 oder so oder so eine ganz kleine Auflage das war nämlich auch in der Uni oh ich sehe gerade das mal zu lustiges Moiré Muster vielleicht seht ihr das aber auch nicht so natürlich auf dem kleinen Bildschirm hier als ich das gemacht habe war ich in einem Künstlerhaus für eine Woche da haben wir dann gearbeitet und da ist auch das hier entstanden das ist ein Faultier das hat hier eine Wärmflasche auf dem Bauch weil es einfach so kalt da war es gab keine Heizung in den Arbeitsräumen und das war eigentlich nur ein großer Arbeitsraum sondern nur in den Schlafzimmern und da oben ein Holzschnittwerkzeug so und als letztes Als ich, glaube ich, auch als letztes gemacht habe, zumindest mit den Bildern, dieses hier, das ist wieder ein bisschen figürlicher, aber auf dem See liegen nicht realistisch. Das sind zwei Frauen ineinander verschlungen. Ja, und das ist auch wieder ein Holzschnitt. Und man kann sehen, dass das Holz diesmal super widerspinstig war. Ja, und das war es tatsächlich auch schon mit diesem Video. Vielleicht war das für euch interessant. Wenn ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich immer so, von euch zu lesen. Das motiviert mich einfach total. Ja, falls es euch sehr gut gefallen hat, kann ich mir vorstellen, auch noch ein paar weitere rauszusuchen. Oder, wie sich eine ganz bestimmte Person auch schon öfter mal gewünscht hat, mal über mein Studium an sich zu sprechen. Und in dem Rahmen nochmal meine Projekte zu zeigen. Das ist allerdings ein mega Aufwand. Deswegen habe ich das bis jetzt auch noch nicht gemacht. Sorry. Ja, ich hoffe, euch stören meine Nachbarn nicht, die schon wieder das Wasser laufen lassen. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen entspannen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.